Wisst ihr, was diese zwei Teile sind? Also nicht die zwei Karabiner, sondern das, was dranhängt. Einmal die Mikrotraktion und einmal das T-Block. Gut, das hilft uns jetzt noch nicht so viel. Aber braucht man das eigentlich? Und warum steht das bei manchen Packlisten für Hochtouren eigentlich drauf und bei manchen nicht? Darum geht's heute. Die Mikrotraktion und das T-Block zählen zur klassischen technischen Sicherheitsausrüstung in der heutigen Zeit der Hochtouren. Tatsächlich gibt's diese Dinge aber noch gar nicht so lange. Aber wofür sind die eigentlich und warum stehen die bei manchen Packlisten und Hochtourenlisten für manche Kurse auf den Listen drauf? Fangen wir zuerst beim T-Block an. Der T-Block ist eine klassische Seilklemme. Also wir haben hier ein Zackensystem und wenn wir hier einen Karabiner durchhängen und ein Seil durchverläuft und das nach unten zieht, dann verkanten sich diese Zacken und der Karabiner und blockieren damit das Weiterrutschen vom Seil. Das kann man für verschiedene Systeme sehr, sehr gut einsetzen. Zum Beispiel für einen Schweizer Flaschenzug. Das Mikrotraktion kombiniert einerseits genau die Fähigkeiten des T-Blocks, nämlich anhand dieser Seilklemme. Aber gleichzeitig ist es, wie man sehen kann, auch eine Seilrolle. Und diese Kombination eben vereint, führt dann dazu, dass man nochmal etwas mehr damit machen kann. Das Interessante ist, dass vor allen Dingen für das Thema Hochtouren diese beiden Teile immer wieder als der Goldstandard angepriesen werden. Aber sie kosten eben auch sehr viel Geld. Wenn man jetzt hier die zwei Karabiner weglässt und sich nur die zwei Teile vom Preis her anschaut, kommt man auf 100 Euro, die man dafür zahlt. Und das pro Person natürlich. Jeder, der auf der Hochtouren mit dabei ist und von diesen Dingern profitieren will, braucht dementsprechend ein eigenes Paar davon. Nun schauen wir uns aber an, was wir als Alternative im Angebot hätten. Da wären nämlich die Rebschnüre. In der Tat können wir mit Rebschnüren und Karabinern alle Systeme komplett gleichwertig nachbauen, wie wir es mit dem Mikrotraktion und dem T-Block machen. Oftmals wird aber gesagt, dass die Mikrotraktion und das T-Block die bessere Wahl sind. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Der Hauptgrund, der dafür genannt wird, ist, dass ein Mikrotraktion keine Fehler machen kann. Also das Mikrotraktion hat relativ selten irgendein Materialversagen vorliegen und wenn doch, dann würde man es erkennen. Insofern kann man sagen, dass hier technisches Versagen sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Im Vergleich dazu ist es beim Prusiken mit einer Rebschnur natürlich schon möglich, dass wir hier Fehler machen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir das Verhältnis zwischen Seildicke und der Rebschnurdicke falsch einschätzen und eine Prusik herumwickeln, der vielleicht einmal zu wenig gewickelt wurde und dementsprechend die Seilreibung nicht hoch genug ist. Das könnte dazu führen, dass der Prusik zum Rutschen beginnt. Das Interessante ist, wenn wir hier etwas falsch machen mit einer Mikrotraktion, dann fällt uns das relativ schnell auf. Wenn die Mikrotraktion falsch eingehängt wurde beispielsweise, dann rutscht sie eben einfach runter und wir merken, das kann so nicht stimmen. Beim Prusik ist das manchmal etwas schwieriger. Manchmal kann es nämlich sein, dass der Prusik zwar einfach so hält, aber sobald er vielleicht mal irgendwie stärker oder ruckartig belastet wird und dementsprechend nicht ordnungsgemäß angebracht wurde, er ins Rutschen kommt. Das heißt, es ist etwas diffuser, hier eine richtige Gefahr sofort von Anfang an zu erkennen. Da hilft natürlich die technische Ausrüstung schon weiter. Interessant ist aber nun, dass viele Leute sagen, sie kaufen sich jetzt Mikrotraktion und T-Block und können dann einfach auf jede Hochtour gehen, wie sie wollen und müssen dementsprechend die Kenntnisse zum Thema Rebschnur und zum Thema Prusiken nicht mehr drauf haben. Auch was die Gardaklämme beispielsweise betrifft, eine Möglichkeit, sich selbst aus der Spalte wieder rauszubringen, auch das ist vielen Leuten dann ein Fremdwort. Und ich bin da meistens etwas skeptisch, wenn Leute mir sagen, dass sie so Dinge wie die Gardaklämme nicht mehr drauf haben, weil sie ja eh T-Block und Mikrotraktion haben. Und ich finde das immer ganz spannend, weil was passiert eigentlich, wenn dann das passiert? Er fällt runter. Wenn ein T-Block in die Spalte fällt und man ist irgendwie dazu gezwungen, sich selber aus der Spalte zu befreien und die anderen können einem zum Beispiel nicht helfen, aus Grund von was für Gründen auch immer, dann haben wir ein Problem. Das bedeutet, wir müssen die Fähigkeiten zur dementsprechenden Selbstrettung mit der Rebschnur und der Prusikschlinge und der Gardaklämme drauf haben, weil sonst können wir uns im Zweifelsfall ohne das dementsprechende Backup nicht mehr aus der Spalte ziehen. Und so ein Mikrotraktion oder ein T-Block fällt schneller mal aus den dicken Handschuhen, als einem das lieb ist. Insofern kann man sich jetzt die Frage stellen, was bringt es einem tatsächlich? Wenn man auf Komfort steht und weiß, dass man mit guter Wahrscheinlichkeit vielleicht bei der nächsten Tour in einer Spalte landen wird, weil es eine sehr, sehr anspruchsvolle Tour ist oder die Verhältnisse sehr anspruchsvoll sind, dann kann dieses technische Werkzeug, die Mikrotraktion und das T-Block, definitiv eine Unterstützung darstellen. Schließlich können wir uns damit schneller, sicherer und einwandfrei aus einer Spalte ziehen. Wir können sehr, sehr schnell Flaschenzüge aufbauen und haben die Leute in der Regel innerhalb von wenigen Minuten aus einer Spalte buxiert. Egal, ob wir jetzt draußen stehen oder drinnen hängen. Das hat natürlich einen riesen, riesen Vorteil, vor allen Dingen, weil auch das Fehlerpotenzial viel geringer ist. Sich vollständig darauf verlassen ist aber unfassbar gefährlich. Wie gesagt, fällt das T-Block einmal aus der Hand, ist es weg und damit auch die Chance, jemanden aus einer Spalte zu retten oder selber aus der Spalte wieder rauszukommen. Das bedeutet, die Rebschnüre wegzulassen und auf sie komplett zu verzichten, weil man ja dementsprechend anderweitiges Equipment nun hat, ist unglaublich fahrlässig. Das darf man einfach nicht tun. Und selbst wenn man sie dabei hat, dann muss man unbedingt auch damit umgehen können. Mit den Rebschnüren sich selbst aus einer Spalte nicht befreien zu können, ist wahrscheinlich ein Todesurteil, wenn oben keiner helfen kann. Denn Fakt ist, diese technischen Gerätschaften brauchen nicht viel, ja, nicht viele Fähigkeiten, um korrekt verwendet zu werden. Man hat relativ schnell heraus, wie das System funktioniert und kann sich auch relativ schnell selber zusammenreimen, wie man damit aus einer Spalte rauskommt oder jemand anderen aus einer Spalte zieht. Die technischen Fähigkeiten, um mit Rebschnüren vernünftig Systeme zur Bergung, aber auch zur Selbstrettung zu bauen, sind schon deutlich anspruchsvoller. Und dementsprechend müssen sie gelernt und vor allen Dingen geübt werden. Vor kurzem habe ich ein Video zum Thema Üben gemacht. Dazu zählen auch diese Fähigkeiten. Gardaklemme, Selbstrettung, Hochprusiken, Münchhausen und so weiter. Das alles wird also nicht durch diese zwei Teile ersetzt. Und trotzdem bezahlen wir aber insgesamt 100 Euro dafür. Also ob es das jetzt nun wert ist oder nicht, das muss man letztlich selbst für sich entscheiden. Wer damit umgehen kann, sehr gut. Der kann sich das auch definitiv überlegen und zulegen. Und gerade wenn man Touren macht, bei denen ein Spaltensturz vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Gerade dann kann das schon wirklich Sinn machen. Man muss aber auch mit diesen Teilen regelmäßig üben. Also den Flaschenzug etc. damit installieren. Das schadet auf keinen Fall. Ich möchte also nicht sagen, dass man sich keinen T-Block und keine Mikrotraktion zulegen soll. Ich möchte nur sagen, dass es eine Investition ist und ein finanzieller Mehraufwand, der einem aber nichts wirklich abnimmt, falls mal was schief geht. Der T-Block runterfällt. Und in Wirklichkeit muss man alle Fähigkeiten auch mit den simplen Dingen des Lebens immer noch genauso gut drauf haben. Einfach weil es sicherheitsrelevant ist. Somit spart man sich nichts zu lernen. Man kann sich damit keine zusätzliche Sicherheit erkaufen. Denn wenn man das nicht einwandfrei drauf hat, dann sollte man das auch nicht unbedingt einsetzen. Denn dann fehlen einem scheinbar viele grundlegende Fähigkeiten, um sicher auf eine Hochtour zu gehen. Ich habe diese Ausrüstung also immer dabei. Auf jeder Hochtour, egal ob leicht oder schwer. Denn ich finde, irgendwie werde ich schon immer eine Verwendung dafür finden. Und gerade im Ernstfall ist es eine große Unterstützung. Trotzdem habe ich aber auch immer die Rebschnüre dabei. Denn selbst wenn ich die technische Unterstützung hier in diesem Fall habe, habe ich immer noch irgendwie tausend Anwendungszwecke für die Rebschnüre. Insofern geht damit ja nichts verloren. Diese Teile hier wiegen vielleicht 50 Gramm. Und insofern fallen sie auf keinem Kletter- oder Hochtourngurt wirklich auf. Also bitte spart nicht an der Sicherheitsausrüstung, nur weil sie schwer ist. Ihr könnt an dieser Sicherheitsausrüstung theoretisch definitiv sparen, weil sie teuer ist. Denn unbedingt sicherheitsrelevant ist sie tatsächlich nicht. Sie ist eher komfortrelevant. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob ihr euch für euren Hochtournkurs oder für eure nächsten Hochtouren dieses Jahr eine Mikrotraktion oder einen T-Block zulegen wollt. Habt ihr vielleicht schon so eine Sicherheitsausrüstung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr da so verwendet, ob ihr lieber die Oldschool-Fraktion seid, die sich mit der Münchhausen-Technik und dementsprechend den Prusik-Schlingen und der Garda-Klemme hocharbeiten würden. Oder eher auf die neue technische Seilklemmenausrüstung setzen. Würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.